Hallo, mein Name ist Rainer Sternecker, ich bin Datenmanagement-Experte bei SaaS. Egal welches Analytics-Projekt Sie sich vornehmen, Analytics braucht immer Daten und Daten brauchen Strategie. Darum ist Datenmanagement auch heuer wieder wichtiger Bestandteil unseres SaaS-Forums in Bonn am 20. und 21. Juni. Wir haben viele Highlights für Sie vorbereitet. Die Datenschutz-Grundverordnung wird wieder ein großes Thema sein. Wir sprechen über Data Preparation, neue Trends im Bereich Datenmanagement. Das heißt auch, wie man mit unstrukturierten Daten umgeht, Text, Ton, Bild. Des Weiteren haben wir viele interessante Kundenvorträge, Best Practices, unter anderem von der Helsana-Versicherung, der Deutschen Bundesbank. Dazu haben Sie die Möglichkeit, in unserer Experience World alle Produkte zu begutachten, Demos anzuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.